Und das war das morgendliche Gebet hier in der Tempelherberge. Jetzt fühle ich mich spirituell vorbereitet für die reise, die ich noch machen werde. War auf jeden Fall interessant zu sehen, was sie da so singen. Auf jeden Fall kommen die nicht in den Recall, meiner Meinung nach. Wir sind schon seit fünf Uhr wach circa, weil das hier einfach nur Shepard in Narko, ein einziger, der aus der Tür rausgeht. Dann hört man alles und da ist man auch sofort wach. Auf jeden Fall, wir checken jetzt aus dem Hotel aus. Wir haben schon alles gepackt. Wir gehen jetzt noch kurz vegetarisch frühstücken. Und dann geht's auf nach Nepu oder ja, Nepu. Irgendwas in die Richtung. Wir gehen jetzt auf! Wir gehen jetzt auf! Nice to meet you. Das war's für heute. So, und wir haben unser heutiges Ziel erreicht, wir sind in Beppu. Ich habe die ganze Zeit Napa oder Nepu gesagt, aber die Stadt heißt Beppu, bekannt für ihre Onsen, also sehr viele Thermalbäder, heiße Quellen, weil es sehr dicht an meinem Vulkan gebaut ist und deswegen gibt es hier sehr viele heiße Quellen, die wir auch morgen besuchen. Der Tag für heute ist an sich zu Ende, das ist unser Hotelzimmer, wie so auch immer haben wir vier Betten und der heutige Tag war eigentlich sehr ereignislos, da war schon die Shinkansenfahrt schon so das Highlight. Fand ich eigentlich auch ganz cool, das ist ein ziemlich hochwertiger Zug gewesen, richtig schön mit Holzverkleidung, mit richtig schönen Stühlen, schon fast so wie ein Flugzeug vorne, mit richtig viel Beinfreiheit. Beppu selbst liegt an einem Meer, also wir waren auch vorhin am Strand tagsüber und sind wahnsinnig, sind dann auch noch essen, aber wie gesagt, alles sehr ereignislos. Wir haben nicht viel gesehen, es gibt nicht so viele Besichtigungspunkte hier, bis auf die Thermalbäder, die wir morgen besuchen, sprich morgen geht es noch einmal eine kurze Rundfahrt um Beppu und die Thermalbäder und dann geht es direkt nach Nagasaki. Dort sind wir zwei Tage lang und dort gibt es auch wahrscheinlich ein paar nette Dinge, weil die Nagasaki selbst ist auch eine Küstenstadt, beziehungsweise auch eine Hafenstadt, ähnlich Hamburg würde ich sagen, vermute ich mal, weil es ist halt eine Hafenstadt. Und dort werden wir auch eine kleine Schiffsfahrt machen an der Küste, wenn ich mich nicht täusche, ich habe jetzt den Tourplan nicht so ganz im Kopf, wie ihr wahrscheinlich merkt, weil ich bringe die Städte durcheinander, wo wir sind. Aber auf jeden Fall, in Nagasaki sind wir da und dann geht es wieder nach Hiroshima. Warum wieder? Weil wir damit den Shikansen kurz durchgefahren sind. Das war der heutige Tag, es ist nicht viel passiert, der Shikansen war eine ziemlich coole Erfahrung, ein sehr schneller Zug war schon ziemlich flott unterwegs. Ich konnte leider keine Aufnahme machen, wie er eingefahren ist, weil er da schon stand, wir waren sehr knapp dran. Deswegen habe ich nur eine kurze Aufnahme, wie wir eingestiegen sind. Also man sieht den Shikansen an sich nicht so viel, außer von N. Aber ich werde noch ein paar Gelegenheiten haben, denke ich mal, wo ich den von vorne aufnehmen möchte. Kann, weil ich möchte auch gerne ein Bild von dem haben, quasi von der Schnauze. Die Schnauze ist ja schon ziemlich originell beim Shinkansen. Aber wie gesagt, das war es von meiner Seite aus, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr weitere Japan-Vlogs sehen wollt, die kommen sowieso raus, egal. Aber auf jeden Fall, gebt mir Flosse.